Die Estate Guru Ausfälle steigen auf ein neues Rekord hoch. Wie lange müssen wir schätzungsweise auf unser Geld warten? Darüber werden wir heute sprechen. Daneben geht es noch um weitere Rückzahlungen auf Peerberry, ein neuer Volumenrekord auf Bondora, einen neuen, aber auch irgendwie alten Kreditgeber auf Ländermarket und ein neues Spielzeug für Crowdpeer-Investoren. Ja, Estate Guru. In der letzten Woche hat Estate Guru wieder über die aktuellen Ausfallzahlen berichtet und diese stiegen im April von ca. 36 auf nun ca. 42%. Das gesunde Portfolio ist dabei allerdings nicht merklich geschrumpft. Vielmehr wanderten verspätete Kredite vermehrt in den Status ausgefallen. Estate Guru hatte bereits angekündigt, dass sie nun Verspätungen härter und schneller behandeln wollen, um die Einholung zu beschleunigen. Und dahingehend gab es einige spannende Informationen zur Länge der Verfahren in den unterschiedlichen Ländern. Wenig überraschend dauert das Verfahren in Deutschland wohl am längsten. Hier kann erst nach sechs Monaten überhaupt mit der Inkasso-Einleitung begonnen werden, aufgrund einer Wartezeit zugunsten des Schuldners, während in Estland und Litauen bereits 30 Tage nach entsprechender Meldung an den Schuldner mit der Einholung begonnen werden kann. In Lettland sind es 60 Tage und in Finnland zwischen drei und sechs Monaten. Die Einleitung der Einholungsverfahren bedeutet aber auch noch nicht direkte Ergebnisse. Die Kreditnehmer sowie die Behörden können die Prozesse um mehrere Monate weiter verzögern. Besonders bei den deutschen Krediten müssen wir uns daher auf wirklich lange Wartezeiten einstellen. Ich habe jetzt am Wochenende auch mal meine eigene Auswahlquote wieder überprüft und die liegt derzeit bei 33,1 Prozent, also weit unter dem Durchschnitt. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass mehr als 50 Prozent meines Portfolios in Estland oder Lettland liegen und nicht in Deutschland. Nicht, dass ich darauf jemals bei meiner automatischen Auswahl geachtet hätte. Die historische Auswahlquote, die liegt nun bei circa 11 bis 12 Prozent. Ich bleibe hier weiter entspannt wie immer und reinvestiere auch derzeit. Was Rückzahlung und Rückholung allgemein angeht, ist aktuell Peerberry wohl das Maß aller Dinge, auch wenn sie natürlich in einem anderen Bereich unterwegs sind und auch mit einer anderen Ursache zu kämpfen haben. Dem Krieg in Russland und der Ukraine. In der letzten Woche kam hier die nächste Tranche an Rückzahlung zurück, erneut wieder 1,8 Millionen Euro und damit sind nun 38,73 Millionen Euro bereits abgezahlt, was 77,12 Prozent der gesamten Verbindlichkeiten entspricht. Mein eigenes Portfolio, das hat mittlerweile deutlich die 20.000-Euro-Marke überschritten und ich plane, dieses noch vor Ende des zweiten Quartals auf circa 22.000 Euro zu bringen. Ziel für 2023 sind ja die 25.000 Euro. Danach werde ich bei Peerberry wahrscheinlich erstmal in die Auszahlphase übergehen. Übrigens sind circa 1.300 Euro bei mir persönlich noch in der Ukraine und in Russland blockiert, die aber ebenfalls bis zum Jahresende frei werden und zusätzlich für Rendite und Cashflow sorgen werden. In rund vier bis fünf Monaten sollte dieser Prozess nach jetziger Auszahlgeschwindigkeit wohl abgeschlossen sein. Die News Nummer 3. In der letzten Woche erst erhöhte Bondora das Einzahlungslimit für Bondora Go & Grow auf 700 Euro pro Monat und nun gab man bekannt, dass der höchste jemals vergebene Stand an Kreditvolumen überschritten wurde. Mehr als 23 Millionen Euro vergab Bondora im Monat März an Kreditnehmer aus Estland, Finnland, Spanien und der Niederlande. Zudem gehen 99 Prozent des Volumens nach der Abschaltung des Portfolio-Managers als auch des Portfolio-Managers Pro über Go & Grow und ein kleiner Teil, der geht noch über die hauseigene API. In drei Ländern stiegen die Kreditvergaben, nämlich Finnland, Estland und den Niederlande, während sie in Spanien etwas zurückgingen. Die Zinsen der ausgegebenen Kredite, die liegen bei durchschnittlich 19,5 Prozent und nachdem nun alle Großplattformen ihre Geschäftsberichte für 2022 vorgelegt haben, bin ich persönlich sehr gespannt auf die Zahlen von Bondora, die ich eigentlich in diesem oder im nächsten Monat erwarte. Ausgehend von diesen Ergebnissen werde ich dann über den weiteren Verbleib meines großen Investments bei Bondora Go & Grow entscheiden. In den letzten Monaten hatte ich hierher einige tausend Euro zugunsten des Aktienmarkts und auch anderen P2P-Plattformen abgezogen. Die News Nummer 4. Ländermarket, die Plattform mit der aktuell höchsten Rendite in meinem P2P-Portfolio, hat in der letzten Woche Zuwachs in Sachen Kreditgeber bekommen. Der spanische Kreditgeber Dineo, der seit 2014 tätig ist, wurde der Plattform hinzugefügt. Hiermit könnt ihr nun in spanische Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 90 Tagen und Renditen zwischen 10 und 15 Prozent investieren. Zudem gibt es sowohl eine Rückkauf- wie auch Gruppengarantie. Mintos-Investoren dürfte Dineo übrigens bekannt vorkommen. Sie waren von 2019 bis 2022 auf dem lettischen Marktplatz gelistet, wurden dann jedoch suspendiert. Und der Grund für die Suspendierung war, dass man die Umstellung auf die Mintos-Notes wohl abgelehnt hat und sie damit für die Kreditvergabe auf Mintos nicht mehr zugelassen war. Meinem Wissen nach gab es für die Neo-Investoren keinerlei Kapitalverlust. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, falls du dort investiert hast, ob du hier dein Geld zurückbekommen hast. Aber in jedem Fall geht Dineo wohl lieber den einfachen Weg der Kapitalbeschaffung. Und welche Plattform wäre denn dafür besser geeignet als Ländermarket? Und damit kommen wir zu unserer letzten News. Für alle, die schon beim Peerberry-Ableger Crowdpeer dabei sind, gab es in der letzten Woche ein neues Feature, auf das viele gewartet haben dürften. Die Investmentplattform veröffentlichte nämlich den Zweitmarkt. Ab jetzt ist es Investoren möglich, sowohl Objekte vom Zweitmarkt zu kaufen, als auch sich vorzeitig von seinen Investments zu trennen. Für Käufer ist der Zweitmarkt vollkommen kostenlos. Verkäufer zahlen eine Gebühr von 2% auf den Verkaufspreis. Auf dem Zweitmarkt von Crowdpeer kann ebenso mit Rabatten als auch Aufschlägen gehandelt werden. Ich selbst bin mittlerweile in 8 Projekten investiert, habe eine von Crowdpeer prognostizierte Rendite von 11,54% und erwarte Ende des Monats die ersten Zinszahlungen. Die Projekte auf Crowdpeer, die zahlen in der Regel quartalsweise. Man kann also nicht mit einem direkten Cashflow rechnen, sobald das Geld investiert ist. Aber ansonsten funktioniert die Plattform bisher reibungslos. Und mittlerweile hat man schon über 2.000 Investoren einsammeln können. Ich rechne damit, dass Crowdpeer noch in diesem Jahr auch offiziell in mein Portfolio rutschen wird, wenn meine Mindestgrenze von 3.000 Euro überschritten wurde. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns schon am Mittwoch wieder. Dort könnt ihr den zweiten Teil der Schatzmeister Q&A auf YouTube und dem Podcast hören.